Die Sonne Die Sonne Aber wie wollen wir denn den schweren Stein wegrollen, der vor dem Grab im Felsen liegt? Seht doch, der Felsen ist weggerollt. Und Jesus ist nicht mehr da. Alle drei Frauen sahen sich erschrocken an. Erschreckt euch nicht. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten? Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Maria, Maria und Salome haben sich aber doch erschrocken und waren sprachlos. Sie liefen erst einmal weg. Erst später fanden sie Worte, um das zu beschreiben, was sie gesehen und erlebt hatten. Sonst wüssten wir es heute nicht. So ist das Kreuz die Erinnerung an den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus. Das Kreuz ist Zeichen der Liebe und des Lebens geworden. Und es ist das Erkennungszeichen für Christinnen in der ganzen Welt. und es ist das Erkennungszeichen für Christi. Das Kreuz ist das Erkennungszeichen der Ejpäste. Vielen Dank.